So, kurzer Disclaimer, lasst doch sehr gerne ein kostenloses Abo da, wenn euch das gefällt, was ich hier mache, 84% Nutzer ohne Abo ist komplett wild, vielleicht erreichen wir dann auch mal diese Marke hier, kurze Rechnung, das könnte gar nicht mehr so lange dauern und dann seid ihr diesen Disclaimer auch los. Du musst einfach wach sein und das waren sie halt leider Gottes mal wieder nicht. Sonst sollst du das wegen so einer scheiße Einknick oder anderes Fußball spielen, das macht für mich keinen Sinn. Es hat nicht sein sollen gestern, aber man kann mehr als zufrieden sein mit der Leistung. Und der helle Wahnsinn, wie du solche FMI-Top-Fives, es gab keine klare Einstellung, wo du sagen kannst, yo, der ist auf jeden Fall an der Hand, also schon allein, dass man überhaupt darüber diskutiert, dass der an der Hand war oder nicht. Junger Vater, also was war das für ein Spiel? Und vor allem so lag die Punch am Ende, Gonzalo Castro, 3 zu 2, 92. Minute, Gonzales bricht da unten durch, setzt sich durch. Habe ich es nicht im Podcast schon angekündigt, dass wir das Spiel verlieren werden? Es hat aber auch zu perfekt ins Schema reingepasst, dass wir das Spiel verlieren werden. Und es bleibt einfach dabei. Seit dem Wiederbeginn von Corona haben wir kein einziges gutes Spiel gemacht. Ich bleibe dabei. Diesmal im positiven Sinne, was zur Hölle war das? Das hätte, glaube ich, keine Sau erwartet. Ich glaube, hätte mir irgendwer nach dem KSC-Spiel gesagt, du bist komfortabel am letzten Spieltag auf dem zweiten Platz aufgestiegen. Und ich hätte den so hardcore ausgelacht. Das muss mir einer erzählen, wie sowas passiert. Und dann Moinsen zum Review-Podcast zum Hoffenheim-Spiel 3 zu 3 und zum Review-Podcast zum, ja, wohl relativ klaren Spiel, aber wir werden es sehen gegen die Bayern am Wochenende. Ja, was kann man zum 3 zu 3 sagen? Also erstmal, glaube ich, für neutralen Zuschauern ein geiles Spiel. Wir kamen richtig stark rein in die erste Halbzeit, kriegen halt aus dem Absoluten gar nichts das 1 zu 0. Dann González mit seiner arschgeilen Nummer, überragendes Solo. Hat, glaube ich, irgendwer bei einem One-Football-Podcast, war es, glaube ich, gesagt. Also nicht Podcast, aber bei dem, wo sie immer auf die Spiele eingehen vom Wochenende. Ich glaube, einer hat gesagt, wenn die Nummer ein Messi zieht, dann dreht das Social Media über das Wochenende komplett ab. Stimmt ja auch, war eine geile Aktion. Richtig stark, González, richtig wichtig. Danach auch, die ersten Halbzeit-Teste eigentlich wirklich schon mit 1 zu 3, 1 zu 4 irgendwie rauslaufen können. Die haben wir komplett dominiert. Hoffenheim muss natürlich auch sagen, klar, die hatten natürlich jetzt auch Corona-Fälle und so weiter, auch logisch. Die waren so 0 eingespielt. Wir haben wirklich in der ersten Halbzeit komplett chillig runtergespielt. Gehen mit 2 zu 1 Führung in die Halbzeitpause. Durch ein 3-mal Aluminium-Tor, glaube ich. Wo sich halt González leider auch verletzt dann. Das war kacke, musste raus. Kann man vielleicht so ein bisschen auch als Knackpunkt vom Spiel sehen. Dann kam Karlajcic rein. Und ja, dann fängst du ja direkt nach der Halbzeit, weil die Seite komplett offen ist aus irgendwelchen Gründen, fängst du das 2 zu 2 durch Sessegnon. Und dann dreht sich das Spiel so ein bisschen Richtung Hoffenheim. Dann ist das unser typisches 2. Halbzeitproblem, dass wir uns oft einfach die Butter vom Brot nehmen lassen in der 2. Halbzeit. Und ich weiß nicht wirklich, warum. Das kannst du alles noch so ein bisschen wegmachen mit, ja, junge Mannschaft und so weiter. Aber klar, das ist dann wie jetzt auch Köln, Schalke, ich sage es immer wieder, so unnötige Geschichten. Frankfurt, wo du halt mehr als nur einen Punkt mitnehmen kannst. Und jetzt am Ende, jetzt hier gegen Hoffenheim, weil die den Elfmeter bekommen, wo es sich ja Anton relativ doof anstellt. Das ist ein klarer Elfmeter. Wo dann mit Kempf, letzte Minute, richtig geil. Wo eigentlich Hoffenheim wirklich auch besser war in der 2. Halbzeit. Wo dann Kempf dann in Top-Stürmer-Manier, wirklich in Top-Top-Stürmer-Manier. Das Ding noch reinjagt nach Verlängerung, Kopfballverlängerung von Kalajdzic. Wo du am Ende mit dem 3-3 natürlich zufrieden sein musst, weil du halt dich sehr, sehr gut fühlst. Fast wieder Sieger fühlst, weil es seit ein Lucky Punch war. War auch geil. Hätten wir auch, wie gesagt, immer wieder vergleichen mit den letzten Saisons, letzten Jahren. Das wäre im Leben nicht passiert, dass wir da das 3-3 noch machen. Und deswegen kann man da echt zufrieden mit sein. Obwohl es natürlich auch nach der ersten Halbzeit, wenn man das so weiter gespielt hätte, hätten wir das Ding in Hoffenheim auf jeden Fall gewonnen. Spiel des Spiels, Gonzales 1,5. Schiri bekommt eine 3-5. 6-10 Chancenverhältnis für uns. 3-4 Eckenverhältnis für uns. 57-43% Ballbesitz für uns. Ja, am Ende des Tages nach der starken 2. Halbzeit von Hoffenheim geht das 3-3 in Ordnung. Wenn du einfach mal in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen mehr zusammenreißen würdest, ganz negativ gesagt, jetzt immer noch kein großer Vorwurf an die Mannschaft, aber wenn du dich da noch ein Ticken mehr zusammenreißen würdest oder vielleicht kann, weiß nicht, von der Aufwandsteuerung oder sowas ein bisschen anders agierst, dann kannst du auch in der zweiten Halbzeit weiterhin so durchziehen wie in der ersten. Da spricht ja eigentlich nichts dagegen. Genau, wie gesagt, Kempf rettet er dann in der letzten Minute dann noch. Wenn man sich die Aufstellung mal anguckt. Mauer, das mag ich schwind. Ja, war ja fast da zu erwarten, die Aufstellung. Die da wieder zurück in der Startelf war vielleicht ein bisschen überraschend. Anton drin war klar, Stenzel, Kempf und so. Stenzel, ja, hat nicht so das geile Spiel erwischt. Anton hat ja auch eine 5 bekommen tatsächlich. Koulibaly hat auch allgemein diese rechte Seite quasi. Vor allem wahrscheinlich auch wegen dem 2-2 dann, wo es so einfach ging und wo einfach niemand da war. Ja, lief schon mal besser. Auch Koulibaly war schon mal besser. González, richtig stark leider, musste er raus. Und dann, ja, Sosa war ganz gut eigentlich sogar nach der Einwechslung. Sonst ist jetzt von Einwechslenspielern niemand groß in Erinnerung geblieben. Klar, Kaleitsch da natürlich das Ding weitergeleitet auf Kempf zum 3-3. Logisch, das bleibt so ein bisschen hängen. Aber, ja, sonst kann man, glaube ich, zum Spiel nicht mehr groß viel anderes sagen. Außer, dass es dann am Ende des Tages wieder mal schade war nach der ersten Halbzeit. Aber halt auch, wenn es Tages zufriedenstellend ist in Sachen Ergebnis, weil Lucky Punch und Unschieden in Hoffenheim ist ja auch kein, kein, äh, ja, mir fällt das aber gar nicht ein, ist kein, kein einfacher Gegner erstmal. Oder ist halt einfach kein, kein Vogelfutter. Ist Vogelfutter das richtige Wort? Keine Ahnung. Auf jeden Fall einfach schon eines der größeren Kaliber im deutschen Fußball, muss man ja leider so sagen. Ähm, deswegen geht es, geht es vollkommen in Ordnung. Genau. Nehmen wir mit, das ist Unschieden in Hoffenheim weiterhin nicht verloren. Letzten Spiel, aber halt auch immer nur, ist man auch ständig nur Unschieden gespielt. Tabelle sagt weiterhin 8er Platz, war glaube ich vor dem Spiel auch schon so. 11 Punkte aus 8 spielen, da kannst du weiter nicht großartig mit meckern. Plus 4 Tore, positive Tordifferenz, also kannst du wirklich nicht meckern. Der restliche Spieltag hat auch Werder Minderlich für uns. Bremen spielt Unschieden in Bayern, was nicht unbedingt für uns spricht, ähm, aber stark von Bremen. Schalke verliert, spricht für uns. Bielefeld verliert, ist auch gut für uns. Mainz gewinnt, ist ein bisschen weird, aber gut für uns, weil Freiburgern auch weiterhin da unten drin hängt. Köln verliert auch weiterhin, Union Wahnsinn weiterhin auf Platz 5, ganz wild. Ähm, machen wir kurz noch ein paar Random News quasi noch von vorm Spiel. Dann kommen wir auf die Tweets zum Spiel ein, ähm, geben wir auf die ein. VfB ist laut Fußballtransfers an Emran Soklo aus der Jugend des FC Chelsea interessiert. Ja, muss man auch gucken, das ist, ja, auch einige andere interessiert. Zum Beispiel Dortmund auch, deswegen muss man da gucken, was da jetzt genau dran ist. Jetzt ist ja irgendwann im Dezember, Januar wieder Transferphase, mal gucken, ob da was passiert, wenn da was passiert. Überhaupt, ja, Castro, wir werden eine Lösung finden zum Thema möglichen Gehalt, das ist klar. Steht auch immer, steht auch immer auf der Agenda, ein Interview vom Castro mit der BILD, was soll ich gerne durchlesen können, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann hier noch quasi zum Spiel. Neun Corona-Fälle reichen nicht aus, um ein Spiel um 25 Stunden zu verschieben, aber ein zu voller Termin, gerade das FC Bayern, reicht aus, um das DFB-Pokalspiel um 22 Tage zu verschieben. Nur so zu der Thematik, weil aus hoffenhafter Sicht war das bestimmt schade. Hätten wir auch gut einfach am Sonntag um 15.30 Uhr spielen können statt Samstag, um denen ein bisschen mehr Zeit zu geben mit den Corona-Fällen. Aber ja, das ist halt wieder genau das Gleiche. Auch das Bayern-Spiel im Pokal in der ersten Runde war erstmal Jahrhunderte später. Das nächste im Pokal ist, glaube ich, jetzt auch verschoben. Darauf bezieht sich, glaube ich, der Tweet. Und dann guckst du halt, wie immer, schönes Paradebeispiel, guckst dir Dynamo Dresden an, jetzt ist es so, die quasi auch durch den Terminkalender, neben der Leistung natürlich, aber auch durch den Terminkalender abgestiegen sind. Das hieß einfach zwei verschiedene Welten, zwei verschiedene Prioritäten, ist auch klar. Dann hier von FUMS oder vom Sport1-Podcast, wo die Rolle drin war, da irgendwie gesagt, ich hätte auch am liebsten zehn Jahre beim VfB Bochum oder zehn Jahre beim VfB Stuttgart gespielt. Ja, klar, wäre schön gewesen, hat nicht sein sollen, jetzt kriegt er mal HSV, macht da seinen Boden, steigt vermutlich oder steigt vielleicht auch beim HSV. Auch wenn ich der Rote absoluter Sympathisant war und absoluter Fanliebling war, auch logisch, klar. Aber in der ersten Liga hat er es auch nicht so unbedingt geknipst, deswegen, ja. Dieses Traditionsdenken oder dieses Schönheitsdenken, dass irgendwelche Spieler Ewigkeiten bei Klubs bleiben und nicht tausendmal wechseln, das ist sowieso relativ, ja, veraltet, würde ich jetzt mal sagen. Leider. Dann hier von Football-Transferzeugnis, wir haben eine Eins bekommen, glatte Eins. Der zweite Aufschlag hatte im Sommer ganz andere Voraussetzungen und hat diese clever genutzt. Kreukobel ist ein starker Rückhalt, Waldemar Anton und Pascal Stenzel machen ihre Sache in der Defensive gut. Vor der Abwehr ragt er in der Vorsaison bereits die Linie Wataru-Endo heraus mit Momo Siseo und Nairu-Ahamada. Sven Mislint hat zudem mal wieder Rohjuwelen an Land gezogen. In der Summe ergibt das einen ebenso interessanten wie homogenen Mix. Schönes Ding. Dann haben wir hier auch ein paar Stats nach dem Spiel quasi. Vom guten Ricky Palm. Ricky Palm, wie man das aussprechen mag. Auf Twitter. Erfolgreiche Dribblings pro Spiel ist Mangala Erster, Kulibali Neunter, also in der ganzen Bundesliga, so wie ich das hier sehe. Grätschen pro Spiel ist Endo auch auf Platz 5. Genauigkeit, lange Pässe pro Spiel, Stenzen auf 5. Abgefangene Bälle pro Spiel, Kampf auf 5. Also auf Platz 5. Paraden pro Spiel, Gregor Kobel auf Platz 8. Dann hast du hier noch gewonnene Zweikämpfe. Endo auf Platz 1. Mangala auf Platz 4. Und dann hast du hier noch Top Speed. Silas auf Platz 1 und Massimo auf Platz 5. Also wir haben wirklich überall Leute vertreten. Das ist schon richtig, richtig stark. Ja, können wir auf die Tweets eingehen. Bin ich ja vorhin schon so halb auf, schon halb auch drauf eingegangen mit meinen Sachen zum Spiel. Aber passt ganz schön. Und ja, so ein Zufallsscheißding mal wieder zum 1 zu 0. Dann Nico leckt mich am Arsch, war das gut. Wie gesagt, war überragend. Dann hier bitte nicht noch ein Spiel, das wir am Ende dann hätten gewinnen müssen, aber es nicht taten. Das ist genau das, was ich auch schon vorhin gesagt habe. Ja, der VfB schon gesagt, ist diese Saison 5 Mal in Führung gegangen. Endergebnis 2 Siege, 2 Unentschieden und dann halt ein Niederlager in Fragezeichen. Heißt, müsste es heißen, 2 Siege und 3 Unentschieden. Also eine Führung ist für uns schon mal kein schlechtes Zeichen. Was ist dieser Geiger eigentlich für ein Dorfdisco-Broll? Fand ich auch geil. Habe ich auch im Stream gesagt. Wie gesagt, Stream ist nicht verlinkt oder irgendwie ein Endcard wahrscheinlich verlinkt. Oder auf die Stream-Highlights, die diesmal echt gut angeguckt worden sind. Und ich glaube, das liegt da wirklich daran, dass ich die einfach zu einem gescheiten Zeitpunkt hochladen muss. Also vor Sonntagabend oder so Sonntagabend rum spätestens. Weil am Montag schaut sich das irgendwie vom Algorithmus her keine Sau mehr an. Ist zumindest jetzt aufweckt, dass ihr euch die Stream-Highlights zum Hoffenheim-Spiel deutlich mehr angeschaut habt, als die zum Frankfurt und zum... Hat man da vorne noch eins? Frankfurt und... Oder war Frankfurt das erste? Ich glaube, Frankfurt war das erste mit den Stream-Highlights. Also sehr, sehr coole Nummer, Jungs. Sehr, sehr cool. Oder war davor noch... Keine Ahnung, ich glaube, davor war noch eins vor Frankfurt, was auch nicht viel geguckt wurde. Aber ja, Geiger, habe ich auch gesagt, ist einfach der kleine Kimmich. Der kleine Kimmich-Assig. Der kleine Kimmich-Assig-Verschnitt. Das ist es einfach. Eins zu eins. Kleine Positionen, auch klein und aggressiv. Das ist so ein Typ, Spieler wahrscheinlich, den du im eigenen Team feierst. Wie zum Beispiel auch ein Endo oder ein Askasibar oder so. Wenn der halt volle Kanne reingeht und sein Herz auf den Platz lässt. Aber wenn du das als Gegner hast, wie jetzt auch ein Kimmich oder der Geiger, der immer einen auf, keine Ahnung, so einen ungesunden Ehrgeiz fast hat und da durchdreht wegen irgendeinem Tackling und sowas. Wie gesagt, wenn das aus der eigenen Mannschaft passiert, wäre es wahrscheinlich richtig geil. Aber wenn du es in einer anderen Mannschaft siehst wie Kimmich und Geiger sind, sind es einfach so kleine, kleine, hyperaktive Vollassis. So ganz einfach, ganz böse formuliert. Und hier VfB-Passgenauigkeit gefüllte 30% reichst euch mal wieder zusammen. Das war genau diese Phase, wo dann Hoffenheim ins Spiel kam in der zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, warum wir uns die zweite Halbzeit immer nehmen lassen, aber ist irgendwie scheinbar echt so. Und dann hier Kämpfi, du Gott, von Vertikalpass hatte ich ja auch, glaube ich, irgendwann mal hier im Podcast drin oder zumindest euch auch als Link hinterlassen. Zum Berlin-Auswärtsspiel, wo wir 2-0 gewonnen haben und Kämpf ein Kofferduell gewinnt, gab es diesen Kurzclip auf Twitter vom VfB oder auch auf Instagram wahrscheinlich auch. Wo kurz der Gregor hinten sagt, Kämpfi, du bist so ein Gott, Junge. Und das passt natürlich jetzt perfekt. Stimmt zum Spiel, wie gesagt, könnt ihr euch selber gerne durchlesen. Das Typische, würde ich jetzt mal sagen, gut in den Spiel reinkommen, zweite Hälfte. Nicht mehr so viel Druck gehabt, nicht mehr so viel Dominanz, bla bla bla, am Ende geht es 3-3 in Ordnung und so weiter und so fort. Dann hier auch sehr interessant von Vertikalpass, sehr, sehr interessant. Das Programm, was wir bisher hatten. Von der Tabelle ausgehend nach diesem Spieltag. Leverkusen auf Platz 3 und danach kommt 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 mit Frankfurt, Hoffenheim, Hertha, Freiburg, Köln, Mainz und Schalke. Rein vom Programm her. Klar, du hast auch nicht erwartet, dass sowas wie Augsburg und Bremen so weit oben hängt oder auch Union nicht. Klar, ist immer die Frage, wie weit das jetzt was aussagt. Aber natürlich, siehst du gerade, deswegen könnte es ja auch demnächst ein bisschen böser werden, wenn wir jetzt gucken. Bayern zu Hause, Bremen auswärts, die gerade gut drauf sind. Und wo Bremen auch für uns 13 Jahre kein gutes Terrain ist. Dann Dortmund auswärts, dann müsste, glaube ich, Union zu Hause kommen. Irgendwie so in die Richtung. Da weiß ich es nicht mehr 100% im Kopf auswendig. Aber ja, das könnte schon ein Zeichen sein, weil jetzt auch viele sagen, guck mal, wo Freiburg steht. Das geht bei denen ab, hat er auch reingepackt, dass Freiburg bisher gegen Platz 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 und 15 gespielt hat. Da fehlt natürlich vom unteren Tabellenheft aktuell viel weiter unten. Viel weiter unten noch mehr Freigegen, die sie jetzt noch spielen bis zum Hinrundenende. Deswegen immer alles nicht überbewerten. Aber wir können erstmal sehr zufrieden sein. Noch mal eine schöne Statistik, die das quasi auch ein bisschen bestätigt. Nach 8 Spieltagen hat der VfB 16 Treffer erzielt in der Saison. 17, 18 hat das Team dafür 19 Spieltage benötigt. 19. Das ist wild. Dann hier auch noch schön King Gonzalez. Ein Tor, 21 Wahlaktionen, 5 Torabschlüsse, 100% Passquote, 11 von 11. 3 von 3 Dribbings erfolgreich, 6 von 6 Zweikämpfen gewonnen. Was macht ihr in 32 Minuten? Also das war natürlich eine überragende Leistung von Gonzalez, die Zeit, die er da war. Und Verletzung ist auch so ein bisschen Glück im Unglück, wenn man so sagen kann. Weil fehlt, in Anführungszeichen, nur 2 bis 3 Wochen mit seiner Verletzung. Das sah ja erstmal ein bisschen schlimmer aus. So ein bisschen Knie verdreht. So ein bisschen, nee. Nee, der erzählt gerade von seiner letzten Verletzung. Das war gerade ein Fehler von mir, sorry. War ja irgendwie so ein Teilriss von irgendwas im Knie und so Geschichten. Also zum Glück nur 2 bis 3 Wochen. Dann, wie auch immer interessant, Kicker-Elf des Tages hat einfach Gonzalez tatsächlich auch reingeschafft. Das ist auch einmal ein schönes Zeichen und ein positives Zeichen, dass du gefühlt jede Woche aufs Neue irgendwen in dieser Kicker- oder Sportschau-Elf des Tages hast. Wieder Gonzalez reingeschafft. Auch schon Endo und sowas drin gewesen, ne. Gonzalez reingeschafft, obwohl er nur 30 Minuten gekickt hat, aber sehr gute Nummer beim Kicker auch. Dann hier interessant wieder FC Playfair wieder aus einem Kommentar von einem der beiden, der, glaube ich, auch beim Vertikalpass-Podcast mitspricht oder auch beim STR-Podcast mitspricht und bei Vertikalpass mitschreibt. Dem Sebastian, dem Butze, Sitzschalen, Sitzschalen in Rot, Sitzschalen in Blau, Sitzschalen in Gelb, Sitzschalen in Grün, Sitzschalen, ich hasse Sitzschalen, denn sie sind das Symbolbild des Fußballjahres 2020. Denn ohne Zuschauer und ohne organisierte Fanszenen bewegt sich der Vereinsfußball dorthin, wo die Nationalmannschaft längst angekommen ist, in die Bedeutungslosigkeit. Der Fußball braucht seine Fans, ich brauche seine Fans für ihre Stimmung, für ihre Meinung, für den Fußball. Schönes Zitat, gefällt mir. Und hier Kastro auch nochmal beim Kickern-Interview geführt scheinbar. Wenn wir weiß, da werden, höre ich auf, so als lustiger Spruch quasi in Richtung, wie es nach der Saison mit Karriereende und sowas aussieht, ne. Und Klopp, Vertrag, Klopp auch aus. Deswegen, und auch ganz nett da noch ringen, dass er quasi, als er damals zu 2015 zu Dortmund gewechselt ist, aus Leverkusen, bevor er zu uns ist, hat er sich für den BVB entschieden und dann kam irgendwie auch noch ein Angebot von Bayern. Klar, natürlich auch direkt aktuell für das Spiel gegen die Bayern am Wochenende. So, dann machen wir uns, ja, wenn wir böse sind, machen wir uns ein bisschen lustig über die Schalker. Das ist eigentlich fast eher ein bisschen trauriger, fast trauriger als lustig mittlerweile, aber schon wahnsinnig, was da abgeht. Einfach wirklich, das ist wirklich, keine Ahnung, das ist der HSV und wir in unseren Abstiegsjahren und was wir schon so viel Scheiße durchgemacht haben. Und das nochmal irgendwie komplett auf Crack, komplett auf Drogen. Reschke rausgeschmissen worden, der irgendwie auch irgendwie irgendwelche Allein-Moves machen wollte in Sachen Transfers. Ja, kennen wir irgendwo schon, wo irgendwo schon her. Dann auch hier Schalke löst, vertragen wir diese mit Db-Switch auf zum Jahresende. Das heißt, er wird davor auch kein Trikot mehr tragen oder kein Schalker Trikot mehr tragen. Harit und Bentaleb müssen individuell trainieren. Bentaleb wird auch im Sommer, spätestens im Sommer gehen. Das ist auch ein Missverständnis gewesen von Schalke mit dem. Das wird nicht zusammenpassen. Harit ja auch, ja, kann bestimmt gut kicken, aber auch ein schwieriger Typ, haben wir auch schon mitbekommen. Aber vielleicht ist jetzt, wie gesagt, vielleicht ist jetzt dieses Zeichen, man darf Schalke bestimmt nicht komplett abschreiben, aber es rutscht gerade schon extrem in Richtung Abstiegskampf oder in Richtung direkter Abstieg. Jetzt meldet sich gerade einfach der Drucker aus dem Nichts. Hatte ich das auch manchmal, dass sich der Drucker einfach aus dem Absoluten gar Nichts meldet. Finde ich absolut feierbar. Aber vielleicht ist es gerade, gut, Schalke hat jetzt auch schon tausendmal irgendwelche Weckrufe und so. Aber vielleicht ist es gerade diese Personalentscheidung, die manchmal ja irgendwie was hilft für das nächste Spiel. So ähnlich wie so ein neuer Trainereffekt und sowas. Das sich wahrscheinlich auch nicht belegen lässt, aber den man irgendwie immer im Kopf hat. Dass jetzt halt der Reschke weg ist und drei Spieler quasi erstmal außen vor sind und so. Nur die auf dem Platz stehen und wirklich Bock haben und so. Aber deswegen wird auch nicht viel helfen wahrscheinlich. Jetzt kommt Gladbach, dann kommt Leverkusen als Gegner. Also Schalke schüttert schon extrem in die Richtung Abstieg. Auch wenn wir jetzt erst ein paar Spiele hinter uns haben. Auch sehr lustig. Kicker auf Instagram. Die Meldung, dass da Reschke rausgeschmissen wurde. Guido Buchwald antwortet einfach mit einem Lachsmiley. Das ist einfach Weltklasse. Und dann hier auch lustig. Laut Scott McCormack, ich weiß wie gesagt nicht, wie vertrauenswöchig die Quelle ist. Aber hat der SS04 Interesse an einer Rückholaktion von Holger Badstuber. Trainer Baum soll große Stücke auf den linken Fuß und das Aufbauspiel des 31-Jährigen halten. Badstuber wäre ein Schnäppchen, da der VfB ihn in die Reserve verbannt hat. Bruder, MashaAllah. Ich fahre den mit der Schubkarre nach Gelsenkirchen. Bin ich ehrlich. Wie gesagt, keine Ahnung, wie vertrauenswöchig diese Quelle ist. Dann hier, ich habe es mir persönlich noch nicht angeschaut, aber scheint schon sehr gut anzukommen. Der VfB macht sowieso gerade ja sowieso sehr, sehr viel richtig. Hier sehe ich die Botschaften von Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden an die VfB-Mitglieder an. Und bin einfach froh, dass wir aktuell eine Besetzung auf den wichtigsten Positionen haben, inklusive Sportdirektor und Coach, mit denen ich mich voll identifizieren kann und die Vertrauen schaffen. 100 Prozent, unterstreiche ich so. Haben halt per Mail an seine Mitglieder, kamen Mails raus mit Videobotschaften vom Hitzesberger und von Vogt. Dann, nächster Gegner, die Bayern. Spiel 1-1 gegen Bremen. War scheinbar auch keine gute Leistung. Also Bremen hoch für den geholten Punkt wohl. Ja, weiß nicht, was ich davon halten soll. Mal gucken, wie es jetzt so ein Champions-League-Spiel heute Abend. Mittwochabend, wie gesagt, der Podcast kommt jetzt einen Ticken später. Oder was heißt ein Ticken später, aber kommt immer noch am Mittwoch, aber ein Ticken später als normalerweise. Wegen Uni-Stuff halt, ne. Ist halt ein bisschen in den Hintergrund gerückt heute. Gerade genug zu tun generell auch. Ja, alle News sind hier so bis zum Zeitpunkt bis 18 Uhr oder sowas heute. Bis so 18 Uhr oder so kamen die News rein, die ich hier verwende oder verwenden kann. Stand, wie gesagt, 25.11. oder 18 Uhr so circa. Das ist jetzt halt die Frage, ne. Mal gucken, wie die Bayern so spielen. Es ist halt meistens so, dass die Bayern nicht unbedingt diese Schwächelfase dann beibehalten. Wenn ich auf unser Spiel gucke, ob da auch ein Unschieden drin wäre, theoretisch. Auch wenn wir heim eher schwächer sind als auswärts diese Saison. Aber keine Ahnung. So ein bisschen ist ja die Hoffnung da. Okay, die haben ein bisschen gepatzt. Vielleicht haben sie ja kurz eine Schwächelfase. Die haben ja auch tausende Spiele. Vielleicht kommt da was. Vielleicht ist da was möglich. Aber andererseits, weil es dann auch wieder, wenn wir mal geschwäkelt haben, dann gewinnen sie halt die nächsten vier Spiele wieder am Stück. Und da würden wir halt genau in diesen Zeitraum reinfallen. Deswegen wäre es fast lieber gewesen, dass sie gegen Bremen irgendwie gerade so noch gewinnen und dann gegen uns irgendwie Punkte lassen. Aber werdet man sehen. Bayern ist wie gesagt, keine Ahnung, ich habe Bock auf den Stream. Richtig Bock auf das Spiel auch. Weil aber dieser Sensationsfaktor immer irgendwie mit drin ist. Du hast immer irgendwie die Chance, dass es eine Sensation gibt gegen die Bayern. Aber wir gehen da erstmal sehr, auch vom Tipp her, sehr realistisch rein, dass wir das Spiel halt verlieren werden. So ganz einfach. Gucken wir uns wieder auf fußballderarten.de den Spaß hier an. Heimspiel gegen die Bayern. 0-3, 0-1, 1-3, 0-2, 1-2, 0-2, 0-2, 0-2, 1-2, 3-6, 3-5, 0-0. 2009 war es das 0-0, 1-5, 2-2, 3-1. 2007, 3-1 Sieg zu Hause gegen die Bayern, das war der letzte Heimsieg. Also keine Ahnung. Wenn wir sehr, sehr optimistisch hoffen, dann ist da vielleicht irgendwie ein Punkt drin. Das Einzige, was ich relativ sicher bin, dass wir nicht voll auf die Fresse bekommen, nicht so Schalke-Style-mäßig. Verlieren werden wir ziemlich sicher, trotzdem sind halt die Bayern. Aber ich tippe mal, oder ich wäre schon glücklich damit, wenn wir das Spiel einfach lange eng halten. Wie jetzt auch Bremen zum Beispiel, gut, die haben auch geführt. Aber wenn das Spiel halt lange 0-1 steht, lange 1-2 steht, whatever. Generell, wenn wir ein Tor machen gegen Bayern, fände ich auch schon geil. Seit die Ansprüche, wenn man gegen Bayern spielt, ist das aufsteiger, logisch. Aber ich glaube nicht, dass wir hier wirklich 0-5 verlieren oder so eine Scheiße. Deswegen habe ich Bock auf das Spiel. Die Sensation ist immer irgendwie drin. Aber keine Ahnung. Ich kann da auch gar keinen Punkt prognostizieren oder sowas. Ich hoffe nur einfach, dass da ein enges Spiel wird. Und Bock machen wird, das Spiel anzugucken. Was Bock macht, anzugucken, ist die Meldung hier vom VfB und auch vom Kicker. Ohne Ausstiegsklausel, also vom Kicker, vom VfB hat das glaube ich nicht offiziell bekannt gegeben. Aber Kicker-Informationen sind immer sehr gut. Und der VfB würde es halt so auch nicht offiziell reinschreiben in irgendeinen Tweet. Ohne Ausstiegsklausel, VfB verleckt mit Gonzalez. Der Vertrag ging ursprünglich noch bis 2023. Jetzt noch ein weiteres Jahr verlängert ohne Ausstiegsklausel, also ohne Reschke-Vertrag. Jetzt müssen wir mal ganz böse reden. Sehr geile Meldung. Sehr, sehr geile Meldung. Das macht den Gefühl nochmal 5-10 Millionen teurer, weil er keine Ausstiegsklausel hat. Noch mal ein Jahr länger Vertrag hat. Klar, kann man auch schon so sehen, dass es quasi so eine Art Vorbereitung auf den Verkauf ist. Logisch. Und wahrscheinlich auch so Richtung, vielleicht gibt es da sowas, Richtung Gentleman's Agreement. Nach dem Motto so, komm Nico, wir machen dir hier keine scheiß Klausel rein. Wir wollen Cash mit dir machen, aber wenn das passende Angebot kommt, dann darfst du gehen. Es gab ja auch letzten Transfer für uns immer wieder die Meldungen von wegen Gonzalez möchte wechseln und sowas. Aber Beweis, vielleicht hat er ja Bock. Gonzalez ist, auch wenn er vielleicht weg will, immer ehrgeizig gewesen, immer alles reingehauen. Deswegen kann ja auch sein, dass diese typischen Labereien quasi auf Twitter oder die typischen Faseleien von solchen Vertragsgeschichten wirklich stimmen. Gonzalez wirklich Bock hat auf uns. Schreibt, hier sagt er auf Twitter oder halt VfB gebostet auf Twitter von Gonzalez. Ich fühle mich hier zu Hause und bin sehr glücklich über die vorzeitige Vertragsverlängerung. Die wiederaufstieg in Münster war sehr wichtig für den VfB und auch die Entwicklung in der laufenden Saison sehr positiv. Ich möchte dabei mithelfen, diesen Weg fortzusetzen und werde hart dafür arbeiten, mich als Spieler weiter zu verbessern. Ja, wie gesagt, er hat sich mittlerweile erst zu einem fucking Nationalspieler hochgespielt. Wahnsinn, der ist uns so wichtig. Halte den, solange es geht irgendwie. Und dann erstmal sowieso perfekte Voraussetzung. Du hast Vertrag, klar gut so dreieinhalb Jahre noch Vertrag dann, bis zu 24 Sommer. Das heißt, du kannst gefühlt immer in den nächsten ein, zwei, drei, vier Transferperioden immer eine richtig fette Summe auffordern, von dem er, top, richtig geiles Zeichen, wieder mal weiterhin gute Arbeit von Mislintat. Hier sagt er, Mislintat, wir sind sehr zufrieden damit, wie sich Nico in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Er war ein wichtiger Faktor beim Wiederaufstieg in die Bundesliga und er hat in der laufenden Saison seine Qualitäten unter Beweis gestellt, sowohl im VfB-Trikot als auch bei der argentinischen Nationalmannschaft. Nico fühlt sich wohl beim VfB und wir glauben, dass er seine positive Entwicklung noch weiter fortsetzen wird. Deswegen war die vorzeitige Vertragsverlängerung für beide Seiten ein logischer Schritt. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zukunft mit Nico. Ja, glaube wir uns alle auch. Dann noch so kleine, ja, schlechtere Nachrichten, auch wenn es jetzt keinen krass persönlichen Bezug hat, aber, ja, ich übersetze mal den Tweet, haben tausende Leute getweetet, auch deutsche Quellen, aber ich habe jetzt mal das hier genommen. Der argentinische Präsident hat gerade drei Tage Trauer für den Tod von Diego Maradona erklärt, ein Nationalheld bei Maradona heute mit 60 Jahren. Nach übereinstimmenden Medienberichten, ich glaube auch der Verband hat es mittlerweile bestätigt, mit 60 Jahren an einem Herzstillstand, ist es, glaube ich, gestorben. Ist sehr, sehr schade, riesengroße Fußballlegende. Merkt auch, wie wichtig das denn ist, eine Nationalheld, drei Tage Trauer in Argentinien. Das ist eine, was man halt ein bisschen relativierend sagen muss. 60 Jahre ist immer noch saumäßig früh und sehr, sehr schade. Und so, rest in peace. Aber gut, man hat so ein bisschen, der war ja schon relativ, was heißt kaputt, aber da hat er seine Vergangenheit gehabt mit Drogen und so weiter. Deswegen ist da sowas ja immer noch ein Ticken realistischer. Trotzdem sehr, sehr schade, riesen Fußballlegende. Und damit war es mit dem Podcast für diese Woche. Für Hoffenheim und Bayern. Entschuldigung, gut. Für Bayern noch nicht ganz, kommt nächste Woche noch was zu den Bayern, dann dieses Review zu einem hoffentlich guten Spiel. Aber wie gesagt, wir beten irgendwie für einen Punktgewinn. Wir beten irgendwie für ein gutes Spiel. Auch im Normalfall verlierst du das Ding. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Quellen sind in der Videobeschreibung auf YouTube, ihr kennt es. Und dann bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020